Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, ich begrüße Sie zu den Tagesthemen. Urbi et Orbi lautet der traditionelle Ostersegen des Papstes, der der Stadt Rom und dem ganzen Erdkreis gilt. Und Franziskus nahm vor allem den zweiten Teil beim Wort. Deutschland, Syrien, die koreanische Halbinsel, Venezuela, die Ukraine, der Kongo und der Südsudan. Dazu auch Israel, Palästina und der Jemen. Kaum eine Krisenregion der Erde, die er nicht erwähnte und für die er nicht zufrieden und Versöhnung aufrief. Die deutschen Kirchenoberhäupter lenkten in ihren Predigten den Blick ebenfalls auf den Erdkreis, aber mehr noch auf die Bedeutung der Osterbotschaft für die Gesellschaft hierzulande. Astrid Ur berichtet. Ostern bedeutet Aufbruch, erklärte Kardinal Marx heute Vormittag im Münchner Frauendom. Christen dürften nicht kleinkariert um sich selbst kreisen, sondern müssten auf andere zugehen. Gerade jetzt. Mit dem Geist der wirklichen Freiheit, der verantwortlichen Freiheit, die orientiert ist an dem, was Christus uns sagt, das wollen wir in diese Gesellschaft einbringen. Und auch deutlich zu machen, dass wir mit Menschen anderer Nationen und Kulturen, mit Gläubigen und Nichtgläubigen zusammenleben können. Basis des friedlichen Zusammenlebens müsse der Osterglaube sein. Der Auferstandene habe Hass, Gewalt und Sünde überwunden, so Marx. Deswegen dürften auch Christen nicht ängstlich und egoistisch leben, sondern sollten sich für eine freie Gesellschaft des Miteinanders einsetzen. Mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt forderte auch Heinrich Bedford-Strohm, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Bei seiner Predigt im Berliner Dom warnte er davor, Arme und Schwache auszugrenzen. Die richtigen politischen Weichenstellungen gehören dazu. Die Eigenverantwortung der Betroffenen gehört dazu. Jesus sei für jeden von uns auferstanden, so erinnerten die Vorsitzenden der beiden großen christlichen Kirchen. Aus dieser Osterfreude heraus müssten sich alle für mehr Mitmenschlichkeit einsetzen. Denn die Ostererfahrung habe unsere ganze westliche Kultur geprägt. In seinem Roman Der Turm beschrieb Uwe Telkamp die letzten Jahre der DDR in der Bildungsbürgerszene. 2008 bekam er dafür den Deutschen Buchpreis. Man kann ihn also einen bedeutenden Autoren nennen. Nun hat er kürzlich erklärt, die meisten Flüchtlinge kämen nach Deutschland, um in die Sozialsysteme einzuwandern, über 95 Prozent. Eine Zahl, die keine Statistik belegt. Aber aus der Pro und Contra Telkamp-Debatte unter Literaten und Verlagen, die folgte, wurde schnell eine Diskussion über die Trennlinie zwischen konservativen und rechten Gedanken unter den Intellektuellen des Landes. Telkamps Sicht jedenfalls bekommt gerade prominente Unterstützung, berichtet Sibylle Licht. Vera Lengsfeld, die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin, will die Demokratie nicht mehr den Politikern überlassen. Das habe sie im Widerstand in der DDR gelernt. Nun ist es für sie wieder soweit. Mit der Erklärung 2018 will sie gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung protestieren. Unterstützt wird sie vom Publizisten Henrik M. Broder, dem Schriftsteller Uwe Telkamp, dem ehemaligen Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin und vielen anderen. Das Ziel dieser Erklärung ist ganz klar. Wir wollen auf ein Problem aufmerksam machen, was von der Politik nicht angepackt wird. Denn die illegale Masseneinwanderung wird von der Politik keineswegs gestoppt. Sondern wenn man sich den Koalitionsvertrag der neuen GroKo anguckt, dann soll weiter so verfahren werden wie bisher. Obwohl die Zahl der Flüchtlinge sinkt, sollen Intellektuelle mobilisiert werden, die den Protest der Straße stützen. Ob in Kandel, Cottbus oder bei Pegida. Nachdem die Erklärung 2018 so viel Zuspruch bekommen habe, öffnet längst, fällt sie jetzt für jedermann und will daraus eine Petition für den Deutschen Bundestag machen. Innerhalb von wenigen Tagen haben rund 20.000 unterschrieben. Ziel ist ein Einwanderungsgesetz. Das ist ein Versäumnis der Politik insgesamt. Weil seit wir damals als Bündnis 90 Grüne eine Gruppe im ersten gemeinsamen Bundestag dieses Einwanderungsgesetz eingebracht haben, ist kein anderes Einwanderungsgesetz von keiner Fraktion eingebracht worden. Zu den Lengsfeld-Unterstützern gehört auch der ehemalige Spiegel-Redakteur Matthias Matusek. Mit seinem Auftritt in Hamburg solidarisierte er sich mit den deutschlandweiten Merkel-muss-weck-Demonstrationen und auch er skandiert. Merkel muss weg! Merkel muss weg! Und schon kommt Beifall für Matusek und Vera Lengsfeld vom umstrittenen neu rechten Verleger Götz Kubitschek. Er bejubelt die Lengsfeld-Initiative als intellektuelle Opposition von rechts. Der Beifall von Kubitschek stört Vera Lengsfeld nicht. Wenn Herr Kubitschek zu etwas Richtigen Beifall spendet, dann ist das egal. Es geht darum, ob wir die Realität abbilden. Die Hamburger Autorin Liane Betnaz beobachtet die Folgen der Debatte um die Flüchtlingspolitik und wie gezielt Konservative und Liberale umworben werden. Die allergrößte Gefahr besteht im Moment darin, und zwar nicht nur im Moment schon länger darin, dass viele Rechte sich als konservativ ausgeben und insofern anschlussfähig sind für die bürgerliche Mitte. Und viele dieser Unterzeichner würden wahrscheinlich immer noch denken, das ist alles ganz harmlos konservativ. Offenbar hat die Lengsfeld-Petition einen Nerv getroffen. Die Post hat ihre umfangreichen Adressdaten an Parteien verkauft, die diese dann für ihren Wahlkampf eingesetzt haben. Dazu weitere Nachrichten mit Jens Rieber. CDU und FDP haben sich für den Bundestagswahlkampf von der Post anonymisierte Datensätze liefern lassen. Diese dienten laut Bild am Sonntag dazu, für einzelne Straßen abzuschätzen, mit welcher Wahrscheinlichkeit dort Unterstützer dieser Parteien anzutreffen seien. Poste und Parteien betonten, diese Geschäfte seien legal gewesen und alle Datenschutzbestimmungen eingehalten worden. Nach den tödlichen Schüssen auf Palästinenser im Gazastreifen hat der türkische Präsident Erdogan den israelischen Premierminister Netanyahu als Besatzer und Terroristen bezeichnet. Zuvor hatte Erdogan von einem Massaker gesprochen. Netanyahu erklärte auf Twitter, er nehme keine Moralpredigten von jemandem an, der seit Jahren willkürlich Zivilisten bombardiere. Die israelische Armee hatte bei Zusammenstößen am Freitag mindestens 17 Palästinenser erschossen. Die syrische Armee steht offenbar kurz vor der vollständigen Einnahme des Rebellengebiets Ostguta, einer Region nahe der Hauptstadt Damaskus. Nach übereinstimmenden Berichten von staatlichen Medien und Aktivisten ist auch die letzte dort verbliebene Rebellengruppe bereit, sich in den Norden des Landes zurückzuziehen. In Ostguta sollen bei den Angriffen der Armee und ihrer russischen Verbündeten seit Februar mehr als 1600 Menschen getötet worden sein. US-Präsident Trump hat Mexiko damit gedroht, das Freihandelsabkommen NAFTA aufzukündigen. Er schrieb auf Twitter, das Land unternehme wenig bis gar nichts dagegen, dass Einwanderer illegal die US-Grenze überquerten. Mexiko müsse den Strom von Menschen und Drogen stoppen, so Trump, sonst werde er den, so wörtlich, Goldesel NAFTA stoppen. Über das Freihandelsabkommen wird derzeit zwischen den USA, Kanada und Mexiko neu verhandelt. In Berlin haben mehrere hundert Menschen die Freilassung des früheren katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont und anderer Unabhängigkeitsaktivisten gefordert. Der Politiker befindet sich seit einer Woche in Schleswig-Holstein in Gewahrsam. Über seine Auslieferung nach Spanien soll nach Ostern entschieden werden. Puigdemont wird unter anderem Rebellion vorgeworfen. Er war nach einem verbotenen Unabhängigkeitsreferendum abgesetzt worden und aus Spanien geflohen. Sie haben zufällig denselben Nachnamen, aber da enden auch schon die Gemeinsamkeiten. Denn unterschiedlicher könnten die beiden Kandidaten nicht sein, die heute zur Stichwahl um das Präsidentenamt im mittelamerikanischen Costa Rica antreten. Carlos Alvarado vertritt die bisherige Regierungspartei. Der ehemalige Arbeitsminister gilt als erfahren und liberal. Ganz anders der andere Alvarado Fabrizio. Ein ehemaliger Laienprediger, der sein Wahlkampfthema fand, als der interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte die Gleichbehandlung der Ehe für homosexuelle Paare empfahl. Seitdem wettert er dagegen so laut er kann und ist damit alles andere als erfolgslos. Mario Arias und Robert Castillo hoffen, dass dieser Tag gut ausgeht für sie und alle Homosexuellen in Costa Rica. Die beiden freuen sich seit Monaten auf ihre Hochzeit. Genauer, seitdem ein Gericht im Januar ganz Lateinamerika die Einführung der Ehe für alle empfahl. Wir haben schon alles für die Hochzeit vorbereitet. Wir haben schon Gäste eingeladen. Wir haben die Location, das Outfit, alles. Doch jetzt ist alles in Gefahr. Ihre Sorge? Der konservative Kandidat Fabrizio Alvarado könnte bei der Wahl das Rennen machen. Er war Prediger einer evangelikalen Freikirche und schürte im Wahlkampf Stimmung gegen Homosexuelle. Sein Ziel? Die gleichgeschlechtliche Ehe verhindern. Damit erreichte er v.a. die gläubige Landbevölkerung und ging als Sieger aus dem 1. Wahlgang im Februar hervor. Wir haben den traditionellen Politikern gezeigt, legt euch nie wieder mit der Familie an. Sie ist unantastbar. Der Mann, der Fabrizio Alvarado als Präsident verhindern kann, heißt Carlos Alvarado. Beide Alvarados sind nicht miteinander verwandt. Der ehemalige Arbeitsminister vertritt eine liberale Position, will die Homo-Ehe einführen. Wir müssen einen Raum für den Dialog schaffen, sodass ein respektvolles Zusammenleben möglich ist. Die wirklichen Probleme Costa Ricas, wie die steigende Verschuldung oder die wachsende Arbeitslosigkeit, spielten im Wahlkampf kaum eine Rolle. Das kritisieren auch Mario und Robert. Diese Kampagne war sehr negativ. Sie hat die wichtigen Themen außen vorgelassen. Die Wirtschaft, die Bildung, die Gesundheit. Sie hat sich allein auf die kontroversen Positionen gestützt, die auf Hass aufbauen und populistisch sind. Es sieht nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Morgen wissen die beiden, welche Richtung Costa Rica nehmen wird. Für Zehntausende Fans endete der Osterspaziergang heute im Stadion und bei der Fußball-Bundesliga, wo Werder Bremen auf heimischem Rasen einige Punkte gesucht und auch eingesammelt hat. Die Bremer sind quasi am Dauerjubeln. Von den vergangenen elf Spielen haben sie nur zwei verloren, macht Platz drei in der Rückrundentabelle. Der Klassenerhalt ist so gut wie sicher. Werder hat sich zum Überraschungsteam der Liga gemausert. Beim 2-1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt, da hatte die Mannschaft allerdings auch Glück. Kapitän Junuzovic war das ziemlich egal. Der Österreicher war an beiden Toren beteiligt und froh, dass er endlich wieder von Beginn an spielen durfte. Zuletzt war er aus taktischen Gründen draußen geblieben. Aber siegen ist eben einfach viel besser, als auf der Bank zu schmoren. Von diesen Bremern kriegt zurzeit fast jeder einen gewischt. Selbst die Kamera. Wenn es eben einmal läuft, kommt das Glück wie von selbst. Am Ende entscheidet halt dieses Königenglück, das, was du halt vorher reinlegst ins Spiel, wie du mit welcher Konzentration, Engagement du ins Spiel gehst. Und das war heute bei uns auf jeder Position vorhanden. Und er zeigt, wie es geht. Slatko Junuzovic, Werders Kapitän. Sein Tor zur Führung, von den grünen Bremern klasse herausgespielt. Direkt und ohne Schnörkel, 1-0. Trainer Florian Kohfeldt hat Werder vom Abstiegskandidaten zur drittbesten Mannschaft der Rückrunde gemacht. Binnen 5 Monaten. Wir waren jetzt nicht so, dass man sagen könnte, wir waren so klar besser, dass man hier gewinnen muss. Aber wir konnten auf Augenhöhe spielen. Wir konnten reagieren, ohne unsere Idee zu verändern. Und das hat mir imponiert, wie die Jungs das gemacht haben. Doch der Champions-League-Aspirant aus Frankfurt dominiert die 2. Halbzeit. Und die Eintracht zeigt, warum sie oben mitspielt. Der Ausgleich von Luka Jovic, sehenswert. Die Vorlage von Kevin-Prinz-Boateng, grandios. Nur Werder lässt sich davon nicht beirren. Weil Torwart Xirji Pavlenka mal wieder einer der Besten ist und die Bremer im Spiel hält. Ganz anders als sein Pendant. Wir hatten viele Möglichkeiten. Ihre Kippe hat einfach gut gehalten. Und unsere Kippe nicht so. Fälle passieren. Lukas Radecki und der Fehler des Spiels. Diese Flanke von Slatko Junuzovic legt sich Frankfurts Keeper selbst rein. Zur Freude von Werder-Trainer Kohfeldt. Aus Bremer Sicht ein glücklicher 2-1-Sieg. Genau solche Situationen entscheiden das Spiel. Und wir sind alle froh darüber, dass der Ball reingegangen ist. Es ist einfach egal, wie. Hauptsache es drin ist. Ich glaube, direkten Abstieg, damit sollten wir nichts mehr zu tun haben. Klar ist es rechnerisch noch möglich. Aber da müssten wir schon alle Spiele verlieren. Und das ist diesen Typen nun wirklich nicht mehr zuzutrauen. Nach zuletzt 4 Siegen aus 5 Spielen. In Bremen haben sie heute sehr wahrscheinlich vorzeitig den Klassenerhalt gefeiert. Auch in der Partie zwischen Mainz und Mönchengladbach spielten die Torhüter eine wichtige Rolle. Beide. Dank ihnen stand es am Ende 0 zu 0. Es ist übrigens das 100. Unentschieden für Borussia-Trainer Dieter Hecking. Kein April-Scherz. Nur eine eher unwichtige Statistik. Eine Randnotiz, die erst mal langweilig klingt, aber ein Spiel dokumentiert, das überhaupt nicht langweilig war. Es war ein 0 zu 0 mit gleich 2 Gewinnern. Die Torhüter sorgten in Mainz für die Highlights. Jan Sommer für Gladbach und der Mainzer René Adler bei seinem Comeback retteten ihren Mannschaften je einen Punkt. Am Ende war es ein bisschen wild von beiden Seiten. Es hätte jede Mannschaft gewinnen können. Insofern sage ich, es ist ein verdientes Unentschieden. Von vorne. Mönchengladbach hatte mehr vom Spiel. V.a. in der 1. Hälfte. Raphael neben Westergaard und Kramer einer von 3 Rückkehrern in die Startelf mit der 1. Chance. Die Mainzer gleich mit 8 Veränderungen standen hinten meist gut und vorne, da ging ganz, ganz wenig. Ein einziger Torschuss in 45 Minuten und der kam von Innenverteidiger Stefan Bell. Bis dahin noch ein leichtes Spiel für die Keeper, denn vor den Toren war meist wenig los. Gladbach mit Raphael und Stindl. Stindl will hier Elfmeter haben, aber Gébermain klar vor dem Nationalspieler am Ball. Alle Proteste liefen zu Recht ins Leere. Grund zum Aufregen gab es erst im 2. Durchgang, denn auf einmal legten die Mainzer los. Ecke Brosinski, Kopfballhack und Jan Sommer. Der Schweizer Nationalkeeper mit einem Wahnsinnsreflex auf der Torlinie. Der Ball, klar, nicht drin. Ja, ich glaube, solche Situationen braucht es in solchen Spielen. Es war wichtig, dass wir da nicht in Rückstand geraten sind, weil wir hatten die Chance noch am Schluss, dieses Spiel zu gewinnen. Und schlussendlich glaube ich, für beide Mannschaften ein Okay-Punkt. Ein Okay-Punkt, weil auch auf der anderen Seite der Torhüter herausragte. Hazard und Stindl scheitern an René Adler. Ein 0 zu 0, das sicher keinen abheben lässt. Ich hebe den Finger und mahne davor, das jetzt alles, alles positiv zu sehen. Das war ein gutes Spiel, da können wir drauf aufbauen. Und das werden wir auch machen. Vor allen Dingen in der Laufbereitschaft, in der Art und Weise, wie wir das Herz in die Hand genommen haben. Und dennoch ein Spiel, das in der Nachspielzeit fast doch einen glücklichen Sieger gehabt hätte. Nach Utschers Fehler gab es ja noch René Adler, der vor Gladbachs Drimmitsch retten konnte. Die Tabelle. Bayern München souverän auf Meisterschaftskurs. Schalke bleibt Zweiter vor Dortmund und Leipzig. Auf den Europa-League-Plätzen Leverkusen und Frankfurt. Dann Hoffenheim, Stuttgart und Mönchengladbach. Die zweite Hälfte ist unverändert. Augsburg auf 10 vor Berlin, Bremen und Hannover. Mainz bleibt auf dem Relegationsplatz. Und richtig große Abstiegsangst haben nach wie vor Köln und Hamburg. Im Nordosten Deutschlands sah es heute so aus, wie man sich sonst Weihnachten wünscht. Weiße Ostern an der Ostseeküste. Besonders betroffen war die Region um Rostock. Mit Folgen sowohl für den Regionalverkehr als auch für Fernzüge der Bahn. Mit mancherorts 35 Zentimeter Schnee war es sogar ein rekordverdächtiger Wintereinbruch. So viel wurde in Mecklenburg-Vorpommern seit Jahrzehnten nicht mehr gemessen im April. Von wegen, im Tale grünet Hoffnungsglück. Aber ob das Wetterball kommt, bei dem zufrieden jauchzt, sind groß und klein, das weiß Claudia Kleinert. Wie starten wir denn in die neue Woche? Ingo Zamperoni, wir können wirklich hoffen. Ich verspreche es für alle, dass mit dem Schnee schnell Geschichte sein wird. Morgen hat man dort das Gefühl wie in den Alpen. Das heißt, viel Sonnenschein über Schnee ist ja auch mal was Besonderes und vielleicht gar nicht mal so unangenehm. Und dann geht es bergauf. Hier Magdeburg beispielsweise auf rund 20 Grad Dienstag, Mittwoch. Danach noch mal ein Temperaturrückgang auf so 13 Grad. Danach zum Teil sogar 22, 23 Grad in Deutschland. Der Frühling kommt, ist versprochen. Morgen Vormittag schon viel Sonnenschein im Nordosten und direkt am Alpenrand, wirklich so Richtung Ostsee. Die Sonnenbrille nicht vergessen, Sonnenschutz. Die Sonne ist schon ziemlich kräftig. Über dem Schnee reflektiert das wie in den Alpen. Da sollte man sehr vorsichtig sein, um sich nicht zu verbrutzeln. Am Nachmittag breitet sich so ein bisschen Regen aus. Dann kann es an der Nordsee in Ostfriesland auch mal etwas kräftiger regnen. Sonst ist die Sonne häufig dabei. Im Nordosten weiterhin 3 bis 5 Grad, im Südwesten bis zu 18. Und die nächsten Tage leicht wechselhaft. Im Norden und Westen am Dienstag einzelne Schauer und Gewitter bis 20 Grad mit Föhn an den Alpen. Mittwoch bleibt es warm. Aber es wird halt ein bisschen wechselhafter mit einzelnen Regengüssen. Claudia Kleinert, vielen Dank für diese Aussichten. Und das war es von uns. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Film Nanga Parbat über die Tragödie der Bergsteigerbrüder Messner. Ab morgen begrüßt Sie Karin Mioske an dieser Stelle. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Ostermontag und einen guten Start in die neue Woche. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank.